Hallihallöchen und herzlich willkommen zum 18. Kapitel der Jermaine Fanfiction Exit von Daedaline. Ich hatte im letzten Kapitel ja bereits versehentlich angemerkt, dass Ginny's Geburtstag jetzt kommt, aber ich muss jetzt dazu sagen, diesmal kommt sie tatsächlich, die Geburtstagsfeier, und deswegen würde ich jetzt auch einfach sagen, wir fangen direkt an. Also, ganz viel Spaß und wir hören uns wieder am Ende des Kapitels. Kapitel 18 Opal Schwarz Ich wäre nicht zu Ginny's Geburtstagsfeier gegangen, wenn ich gewusst hätte, dass alle anderen in ihrer Alltagskleidung aufschlagen würden. Es ergibt zwar grundsätzlich Sinn, aber ich habe mir im Vorfeld schlichtweg keine Gedanken darüber gemacht. Mal ganz abgesehen davon, dass ich ohne Gepäck hergekommen bin und somit auch gar nicht in der Lage gewesen wäre, es ihnen gleich zu tun, selbst wenn ich es gewollt hätte. Entsprechend meiner Rolle als Außenseiter, Eindringling, Überläufer, bin ich also nun der Einzige, der in seiner obligatorischen Trainingskleidung an einem der langen Tische im Speisesaal sitzt. Verdammt! Ich hätte zumindest darauf kommen können, Blaze zu bitten, mir etwas zu leihen. Ich versuche angestrengt, mir von meinem Outfit nicht gleich den ganzen Abend verderben zu lassen. Denn dieser läuft für mich bisher wiedererwartend ziemlich gut. Natürlich ist es keine richtige Party, die Ginny hier veranstaltet, sondern eher so etwas wie ein gemütliches, unbeschwertes Zusammensitzen. Aber ich habe mich schon mit ein paar Leuten unterhalten, die mich bisher stets gekonnt ignoriert haben. Ausgerechnet Hannah Abbott war die Erste, die mich angesprochen hat. Sie ist nicht unbedingt ein Gewinn für meine Bekanntschaften innerhalb des Widerstands, aber ich war trotzdem positiv überrascht. Ihre Aufgeschlossenheit hat mir ein kurzes, aber höfliches Gespräch mit einer Gruppe von altbekannten Gesichtern beschert. Somit weiß ich nun, dass zumindest Oliver Wood, Anthony Goldstein und Padma Patil mich im Hauptquartier akzeptiert haben und nicht mehr mit dem Gedanken spielen, mich hinterrücks zu verhexen. Grandios! Danach habe ich eine Weile bei Lovegood und Longbottom rumgehangen, was letzterer erst zähneknirschend, aber mit der steigenden Anzahl seiner Butterbiere immer gleichgültiger hingenommen hat. Jetzt, wo ich wieder alleine herumhocke, da Blaze und Ginny noch anderweitig beschäftigt sind, trinke ich selbst schon mein Viertus. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Alkohol getrunken habe. Ganz zu schweigen davon, es ausschließlich zum Vergnügen zu tun, muss aber feststellen, dass es überraschend gut tut. Es beruhigt meine Nerven, was in Anbetracht der zahlreichen sozialen Kontakte, die ich im heutigen Abend mehr oder weniger freiwillig pflege, nicht ganz ungelegen kommt. Während ich an der Flasche nippe, fällt mein Blick auf Creepy, der gerade neben Alicia Spinnett steht und sie dazu interviewt, ob ihr das Essen schmeckt. Ich lächle in mich hinein und schüttle den Kopf. Es ist nicht unbedingt das, was ich mit meinem Ratschlag gemeint habe, aber ich beschließe, dass es gut genug ist. Creepy sagt irgendetwas zu ihr und sie lacht. Ich gönne dem kleinen Scheißer seinen Spaß. Es dauert allerdings nicht sonderlich lange, bis ich von dieser hoffnungslos romantischen Zusammenkunft abgelenkt werde. Die Tür schwingt auf und Cranger schlupft in den Raum. Die paar Sekunden, die sie daraufhin auf der Schwelle verweilt, um die Lage zu checken, nutze ich, um sie abzuchecken. Cranger trägt Sneaker, eine enge, dunkelblaue Jeans und eine opal-schwarze, wenn auch schlichte Satin-Bluse, deren Ärmel sich trompetenförmig öffnen und ihre Handgelenke umspielen. Die Farbe steht ihr unfassbar gut. Sie lässt ihre leicht gebräunte Haut strahlen und ihre dunklen Augen funkeln. Es ist außerdem das erste Mal, dass Cranger ihre Haare offen trägt. Sie sind nur leicht gewellt und fallen schimmernd über ihre Schultern. Ich schlucke einmal hart. Noch während ich sie betrachte, hebt sie die Hände und fängt mit ein paar geübten Handgriffen einige ihrer vorderen Haarsträhnen ein. Dann zwirbelt sie diese zu einem unordentlichen Knoten an ihrem Hinterkopf zusammen, durch den sie schließlich ihren Zauberstab schiebt. Erst als das erledigt ist, setzt sie sich langsam in Bewegung. Ihr Blick wandert durch den Raum und fällt zuerst auf Thomas und Smith, die an einer Wand lehnen und ihren frostigen Blick nicht weniger angriffslustig erwidern. Sie ändert sofort den Kurs, um den beiden aus dem Weg zu gehen. Als nächstes entdeckt sie mich, was ihre Suche nach einem geeigneten Plätzchen deutlich erschwert. Ich sehe ihr amüsiert dabei zu, wie sie abermals die Richtung wechselt und eine Art Slalom durch die Traube Rebellen vollführt, bis sie das Buffet erreicht. Dann wende ich mich seufzend ab. Wirklich absolut alles an dieser Situation ist furchtbar. Und damit meine ich weder die Party noch die munteren Widerstandskämpfer um mich herum. Es ist Cranger samt ihrer gottverdammten Anziehungskraft, die mich in den Wahnsinn treibt. Dennis hat mir von deinen Flirt-Tipps erzählt, erklingt eine heitere Stimme. Und wie es aussieht, funktionieren sie sogar. Bravo, Draco! Es ist Blaze, der sich nun neben mich fallen lässt und sich kurz darauf genüsslich eine Gabel Kartoffelsalat in den Mund schiebt. Hm, gut für den Kleinen, gebe ich geistesabwesend zurück. Ein bisschen Normalität kann ihm nicht schaden, würde ich meinen. Keinem von uns, stimmt Blaze zu, weil er schwer damit beschäftigt ist, sich den Bauch vollzuschlagen. Hast du ihm eingeredet, ich würde auf Cranger stehen, frage ich frei heraus, weil mir diese Frage auf der Seele brennt, seitdem Creevy im Trainingsraum den Mund aufgemacht hat. Blaze, Ficker, der er nun mal ist, lässt sich Zeit mit seiner Antwort. Er kaut in aller Seelen Ruhe und nimmt dann einen großzügigen Schluck von seinem Butterbier. Schließlich legt er seine Gabel nieder, verschränkt die Hände unter dem Kinn und zieht mich verschmitzt an. Nope, sagt er, wobei er das P vergnügt aus seinem Mund ploppen lässt. Aber Dennis hat mir von seinen bisherigen Beobachtungen erzählt. Äußerst aufschlussreich. Er hat mir auch davon berichtet, wie vehement du es geleugnet hast. Ebenfalls sehr interessant. Er ist eine ziemliche Laberwacke, musst du wissen. Ach was, seufze ich gedehnt und verdrehe die Augen. Hat er denn recht? Blaze. Oh, er hat tatsächlich recht, nicht wahr? Du bist unerträglich. Nein, hat er nicht. Halt die Fresse. Ich erhebe mich, um meine letzte Butterbierflasche gegen eine neue einzutauschen. Es ist eine willkommene Gelegenheit, um Blaze nervtötender Präsenz zu entfliehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das in einem Raum voller Rebellen jemals in Betracht ziehen würde. Aber da ist es. Mit einem letzten, unmissverständlichen Mittelfinger in seine Richtung verlasse ich den Tisch. Wenigstens Merlin ist auf meiner Seite. Denn Cranger ist bereits wieder in der Menge untergetaucht, weshalb ich einfach am Buffettisch stehenbleiben und mir wahllos Fingerfood in den Mund schieben kann. Ich entkocke das neue Butterbier und sehe mich nach einem ebenso neuen Gesprächspartner um. Nun, vielleicht wäre es besser, einfach abzuhauen und mich in meine Unterkunft zu begeben. Das Ganze ist absolut sinnlos, lächerlich und auch irgendwie erbärmlich. Das brickelnde Gefühl eines penetranten Starrens reißt mich schließlich aus meiner selbstbemitleidenden Trance und ich lasse meinen Blick so lange schweifen, bis ich die Verursacherin entdecke. Cranger hat sich auf der gegenüberliegenden Seite des Raums an eine Wand gelehnt. So weit von mir entfernt, wie nur irgend möglich. Trotzdem sieht sie mir nun direkt in die Augen. Ihre Lippen zucken. Sie hat bemerkt, wie genervt ich bin. Und es amüsiert sie. Hexe. Ich setze mich langsam in Bewegung und streife durch die Menge. Immer wenn ich einen kurzen Blick riskiere, sehe ich, dass sie dasselbe tut. Nach rechts, nach links, um eine große Gruppe Rebellen herum, an einer Wand entlang. Ich umrunde einen Tisch. Sie tut es ebenfalls. Ihre Fingerspitzen tanzen im Vorbeigehen über die Tischplatte. Als ich die Wand erreiche, an der sie gerade noch gelehnt hat, ist sie bereits wieder auf der entgegengesetzten Seite des Speisesaals und beugt sich betont interessiert über das Buffet. Meine Atmung beschleunigt sich. Dieses Katz-und-Maus-Spiel ist anregend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich gehe weiter, mache einen großen Bogen um Creevy und seine Angebetete, was eigentlich gar nicht nötig ist, tehe mich ohnehin nicht beachtet und mische mich wieder unter die Leute. Als ich das nächste Mal den Kopf hebe, ist Cranger weg. Das Buffet, vor dem sie gerade noch gestanden hat, ist verwaist. Abrupt bleibe ich stehen und lasse meinen Blick verwirrt in alle Richtungen wandern. Schließlich drehe ich mich einmal um mich selbst. Mir fällt fast die Flasche aus der Hand. Fast. Cranger steht direkt hinter mir und zieht verschlagen zu mir auf. Ein klitzekleines, gefährliches Grinsen biegt ihrem Mundwinkel. Sehen so deine Bemühungen aus, dich von mir fernzuhalten? Fragt sie. Ich gebe ein höhnisches Geräusch von mir und straffe die Schultern. Dann nehme ich erst einmal einen großen Schluck von meinem Butterbier, wobei ich über den Flaschenhals hinweg beobachte, wie sie sich eine Weintraube in den Mund schiebt. Ich habe mein Bestes gegeben, aber du bist zu penetrant, informiere ich sie schließlich nonchalant. Daraufhin funkeln ihre Augen. Amüsement. Das sagt man mir nach, erwidert sie und nickt. Einen Moment lang herrscht Schweigen. Ich nutze es, um meinen Blick von ihrem Gesicht zu lösen und ihn langsam an ihr herabgleiten zu lassen. Dafür, dass du deine Uniform nicht trägst, siehst du heute Abend überraschend gut aus, Cranger, stelle ich fest. Sag bloß, dir gefällt unsere Kampfausrüstung, erwidert sie, ohne auf den zweiten Teil meiner Aussage einzugehen. Sie setzt eine gespielt geschmeichelte Miene auf und bringt es sogar fertig, eine Hand auf ihre Herzgegend zu pressen. Vorwitzig. Eure Ausrüstung ist passabel, sage ich achselzuckend. Hat mich fast vergessen lassen, dass du auch noch andere Klamotten besitzen musst. Cranger nimmt ebenfalls einen Schluck aus ihrem Becher, woraufhin mir der unverwechselbare Duft von Feuerrisky in die Nase steigt. Sieh mal einer an, die Löwin trinkt das harte Zeug. Vermutlich ist sie nicht für die Wacht am kommenden Morgen eingeteilt, sonst würde sie sich das wohl kaum erlauben. Auf meine unangemessene Bemerkung über ihre Optik am heutigen Abend antwortet sie nicht, sondern wechselt einfach das Thema. Wir haben Queen Cresper fragt. Die Ältere. Sie hatte kaum Informationen, die uns von Nutzen sein könnten, abgesehen von den Standorten einiger Todesserunterschlüpfe, die kürzlich verlegt wurden. Harry hat das Verhörprotokoll im Besprechungsraum ausgehangen. Wirf bei Gelegenheit einen Blick darauf, ja? Wir brauchen dringend einen neuen Plan. Mein Blick wandert zwischen ihren Augen, die nur mit einer neuen Ernsthaftigkeit auf mir liegen, hin und her. Es sollte sich nicht so gut anfühlen, wenn sie impliziert, dass sie Wert auf meine Meinung legt. Aber das tut es. Es schmeichelt mir. Egal wie dämlich und erbärmlich es auch sein mag. Ich nicke langsam, woraufhin sie zufrieden wirkt. Darf ich dich etwas fragen? Die Worte schlüpfen mir über die Lippen, bevor ich darüber nachdenken kann. Cranger sieht mich ruhig an und hebt langsam eine Augenbraue, was wohl so etwas wie eine Aufforderung zum Weitersprechen sein soll. Falls wir weitere Todesser gefangen nehmen und sich noch mehr Verluste, sie schnallst ob der Begrifflichkeit bei der Zunge, ereignen, wird Lovegood das verkraften? Ich weiß nicht, was mich dazu bringt, ausgerechnet sie anzusprechen. Theoretisch hätte ich mit jeder x-beliebigen Person darüber reden können. Mit Blaze, mit Potter, sogar mit Ginny. Nun, vielleicht nicht unbedingt mit Creevy. Aber aus irgendeinem Grund will ich wissen, was Cranger denkt. Ob sie der Meinung ist, dass das, was wir Lovegood mit dem Exit antun, vertretbar ist. Ob ihr bereits aufgefallen ist, wie schlecht es der ehemaligen Ravenclaw geht. Ob sie vielleicht sogar eine andere Lösung parat hat. Warum ich mir überhaupt so viele Gedanken um Lovegood mache, habe ich zumindest inzwischen begriffen. Es ist ein Gefühl, für dessen Unterdrückung ich mir meine Oklomentik ausnahmsweise nicht zurückwünsche. Vielmehr habe ich gelernt, es zu akzeptieren. Sogar zu schätzen. Es ist Dankbarkeit. Lovegood war mir gegenüber von Beginn an freundlich. Nie verurteilend, was in Anbetracht meiner Vergangenheit herausragend und erst recht keine Selbstverständlichkeit ist. Unsere gemeinsame Arbeit hat zusätzlich dafür gesorgt, dass ich sie mittlerweile in einem anderen Licht sehe. Sie mag ein wenig seltsam sein, aber sie hat das Herz am rechten Fleck. Ich mache mir Sorgen, dass man ihr genau dieses bricht. Cranger benötigt einen Moment, um eine Antwort zu formulieren. Währenddessen wandert ihr Blick aufmerksam und, wenn mich nicht alles täuscht, sogar ein wenig neugierig über mein Gesicht. Schließlich öffnet sie langsam den Mund. Ich hoffe es, sagt sie ernst. Ihr Zeigefinger tippt in einem unregelmäßigen Rhythmus auf den Rand ihres Bechers. Aber wenn es auch nur das kleinste Anzeichen dafür gibt, dass sie es nicht verkraftet, dann werde ich persönlich dafür sorgen, dass man ihr die Aufgabe abnimmt. Ich werde ab jetzt ein Auge auf sie haben. Versprochen. Ich halte ihren Blick, schlucke einmal und nicke. Dann ruft irgendjemand Crangers Namen und sie wirbelt von dannen. Ich bleibe allein zurück. Mit einem halbleeren Bier, einem lautpochenden Herzen und einer Erkenntnis, die mich aus dem Nichts trifft, wie ein hervorragend geschmetterter Klatscher. Ohne mir dessen bewusst zu sein, habe ich selbst die beiden Ratschläge, die ich Cree wie so großspurig mit auf den Weg gegeben habe, in diesem kurzen Gespräch mit Cranger angewandt. Ich habe ihr nicht nur ein ernst gemeintes, wenn auch lässig verpacktes Kompliment gemacht, sondern sie auch noch um ihre Meinung gebeten. Verdammt brillant. Auf der Feier im Speisesaal habe ich es nach meinem verwirrenden Gespräch mit Cranger nicht mehr sonderlich lange ausgehalten. Ungefähr eine Stunde und zwei weitere Butterbiere später habe ich das Weite gesucht. Nun sitze ich schon seit geraumer Zeit leicht beschwipst im Trainingssaal auf exakt dem Stuhl, den Ronald Rees die normalerweise beansprucht, wenn er mich während der Trainingseinheiten observiert. Ich knipple nachdenklich an dem Etikett der Butterbierflasche, die ich heimlich entwendet habe. Abgesehen von der schockierenden Erkenntnis hinsichtlich meiner unbewussten Splörterei bereue ich es nicht, meine Sorge um Lovegood laut ausgesprochen zu haben. Cranger hat zwar nicht so gewirkt, als hätte sie sich schon zu einem früheren Zeitpunkt Gedanken darüber gemacht, aber zumindest so, als würde sie meine Bedenken durchaus ernst nehmen. Es war also die richtige Entscheidung, meine Beobachtungen mit einem der Anführer des Widerstands zu teilen. Vor allem, da sie scheinbar zu verblendet sind, um diese selbst zu machen. Vielleicht sollte ich auch mit Longbottom sprechen. Wenn ich Glück habe, gewährt er mir nach unserer heutigen alkoholbedingten Annäherung vielleicht eine Audienz. Andererseits ist es eigentlich nicht meine Aufgabe, ihn darauf hinzuweisen, dass seine Freundin langsam aber sicher auf ein handfestes Trauma zusteuert. Ich frage mich, warum nicht er den Exit durchführt. Immerhin arbeitet er ebenfalls im Schockraum. Dann fällt mir wieder ein, dass ich immer noch nicht weiß, was genau seine Aufgaben sind. Es war vermutlich ein guter Zeitpunkt, um... Ich werde abrupt aus meinen wirren Grübeleien gerissen, als das leise Quietschen der Türangeln verkündet, dass eine weitere Person den Saal für eine Atempause auserkoren hat. Mein Kopf ruckt hoch und ich spähe durch die Dunkelheit. Zu meiner Überraschung ist es Cranger, die sich durch den Türspalt in den Raum schiebt. Merlin, allmählich kommt es mir so vor, als würde ich sie allein mit meinen Gedanken heraufbeschwören. Wieder fällt nur das Mondlicht durch die magischen Fenster, weshalb sie mich nicht gleich sieht. Dieser Umstand verschafft mir ein paar Sekunden, in denen ich sie ungesteuert betrachten kann. Jetzt, wo sie sich so vollkommen unbeobachtet wähnt, sitzt Crangers Maske nicht an Ort und Stelle. Ihre Mine ist offen, entspannt, maximal ein wenig nachdenklich. Außerdem wirkt sie heute Nacht nicht so müde, wie bei den letzten Gelegenheiten, bei denen ich sie heimlich ansehen konnte, weil sie sich meiner Anwesenheit nicht bewusst war. Während sie langsam in den Raum wandert, spielt sie mit einer ihrer Locken. In ihrer anderen Hand hält sie nun ebenfalls ein Butterbier, das sie in exakt dem Moment an die Lippen setzt, in dem sie mich entdeckt. Sie erstarrt mitten in der Bewegung. Ich erwidere ihren Blick stoisch, bleibe aber stumm. Es ist so still in dem Saal, dass man einen Knutfallen hören könnte. Flüchtig fahre ich mir mit einer Hand durch die Haare, um mir ein paar verirrte Strähnen aus der Stirn zu streichen. Sie verfolgt meine Bewegungen aufmerksam und durchbricht dann ihre Starre, indem sie einen langsamen Schluck von ihrem Bier nimmt. Ich senke meinen Blick auf ihren Mund an der Flaschenöffnung und beiße mir unwillkürlich auf die Unterlippe. Granger sieht es und ihre Augen werden sichtlich dunkler. Und dann tue ich etwas, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich es jemals in meinem Leben tun würde. Vor keinem anderen Menschen, erst recht nicht vor Granger. Niemals freiwillig, noch nicht einmal, wie ich jetzt feststelle, in irgendeiner abstrusen Fantasie oder einem Tagtraum. Ohne den Blickkontakt zu unterbrechen, beuge ich mich vor und stelle meine Flasche auf den betonierten Boden. Dann lehne ich mich zurück und führe meine Arme langsam, ganz langsam, hinter die Rückenlehne des Stuhls, um sie dort zu überkreuzen. Der scharfe Atemzug, den Granger darauf hinnimmt, ist Musik in meinen Ohren. Meine gesamte Aufmerksamkeit liegt immer noch fest auf ihrem Gesicht. Ihr Blick hingegen fliegt geradezu über mich. Er folgt meiner lässigen Haltung auf dem Stuhl bis hinunter zu meinen Stiefeln und dann wieder hinauf. Sie macht einen Schritt nach vorne. Einen Moment lang zögert sie. Dann schießt ihre Hand zu ihrem Haar und zieht den Zauberstab aus dem Knoten an ihrem Hinterkopf. Eine Sekunde später spüre ich, wie ihre Magie sich um meine Handgelenke windet und meine Arme fest hinter dem Stuhl fixiert. Mein Herzschlag beschleunigt sich unmittelbar. Granger stellt ihr Butterbier ebenfalls ab und kommt langsam auf mich zu. Durch die mit Mondlicht gesprengelte Dunkelheit. Wie eine Raubkatze auf Beutezug. Gott, ich wünschte, sie würde ihre Kampfausrüstung tragen. Ich habe gelogen, als sie mich danach gefragt hat. Die Uniform der Rebellen ist nicht einfach nur passabel. Sie gefällt mir sogar außergewöhnlich gut. Vor allem an ihr. Ich würde sogar behaupten, dass Granger sie von allen Kämpfern des Widerstands am besten zur Schau trägt. Und zwar mit Abstand. Als sie mich erreicht, sieht sie auf mich hinunter. Ihr Gesicht ist ernst und ihr Blick forschend. Ich erwidere ihn offen. Nimm dir, was du willst. Ich habe nichts zu verlieren. Mein Puls verfällt in den schnellsten aller Takte, als er sich in einer flüssigen Bewegung auf meinen Schoß schwingt. Zuerst spüre ich ihre Wärme. Dann ihre zielstrebigen Finger an meinen Bauchmuskeln. Dann endlich ihre Lippen auf meinen. Meine Augen fallen zu. Es ist nichts so wie im Lift. Heute schmecke ich kein Blut, dafür aber den Feuerwhisky auf ihrer Zunge. Ein paar Dinge sind aber ganz genauso, wie ich sie in Erinnerung habe. Ihre Zähne, die meine Unterlippe erforschen zum Beispiel. Dieses Drängen in mir, als ich meinen Hals recke, um sie vollständig in Beschlag zu nehmen. Es ist ein heftiger Kuss. Trotz der Fesseln, an denen meine Hände gierig zerren. Aber ihre Magie hält mich in Schach und das ist gut so. Es ist sicherer. Ich wollte es so. Sie schiebt eine Hand in meine Haare, neigt meinen Kopf ein Stück nach hinten und drückt sich dabei an mich. Ich bin bereits vollkommen hart und das kann sie mit Sicherheit spüren, aber es scheint sie nicht zu stören. Ganz im Gegenteil. Sie bewegt ihre Hüfte und rutscht noch näher an mich heran, woraufhin ich in ihren Mund stöhne. Ihre Antwort ist ein leises Keuchen. Ihr Griff in meinem Haar wird noch ein bisschen fester. Ich nehme alles, was ich in dieser kurzen Zeit von ihr kriegen kann. Meine Lippen folgen dem Schwung ihrer Oberlippe und der Kurve ihres Mundwinkels. Ich atme tief ein und sauge den verführerischen Duft ihres Shampoos in meine Lunge. Meine Zunge liebkusst ihre, dann nehme ich ihre Unterlippe zwischen die Zähne. Ihre freie Hand wandert derweil über mein Shirt. Hinauf, 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 bis zu meiner Kehle und legt sich sanft darum. Ihr Daumen reibt über meinen flatternden Pulspunkt und das Geräusch, das mir daraufhin entschlüpft, ist undefinierbar. Cranger löst sich schweratmend von meinen Lippen und ich blinzle, gleichermaßen irritiert wie verärgert. Fuck, ich bin kurz davor, darum zu betteln, dass sie weitermacht. Ich dachte, du wolltest dich von mir fernhalten, flüstert sie. Der heiße Atem, der meinen Kiefer trifft, als sie spricht, ist mehr als nur eine Versuchung. Ich will daran ertrinken. Du bist diejenige, die sich nicht fernhält, Cranger, erinnere ich sie. Es soll unbeeindruckt klingen, aber meine Stimme ist viel zu rau. Ich habe die Party zuerst verlassen. Ihr Griff um meinen Hals verstärkt sich, ist aber nicht fest genug, um sich bedrohlich anzufühlen. Touché, haucht sie mit zuckenden Mundwinkeln. Dieser Anblick und ein erneutes Rollen ihrer Hüfte entlockt mir ein weiteres Stöhnen. Und du willst mich nicht anfassen, fragt sie dann fast schon herausfordernd. Ihre Hand gleitet langsam meinen Arm hinab, wobei sie einen anständigen Streifen Gänsehaut hinterlässt, bis sie schließlich an der Stelle ankommt, wo meine Handgelenke miteinander verbunden sind. Sie muss sich dafür vorbeugen. Ihre Brüste drücken sich verheißungsvoll gegen meinen Oberkörper. Ein einsamer Kuss geistert über meine Lippen. Noch nicht, erwidere ich gedehnt. Ihre Augen blitzen überrascht auf. Ich werde dich so lange in den Wahnsinn treiben, bis du darum bettelst, dass ich dich anfasse. Und dann werde ich deinem Wunsch mit Freuden nachkommen. Dieses anzügliche Versprechen ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber heute ist das Glück auf meiner Seite. Granger wird nicht wütend, sondern stößt lediglich ein kleines, ungläubiges Schnauben aus. Diesmal würde ich sogar meinen Zauberstab darauf verwetten, dass ein wenig Belustigung darin liegt. Und dann krachen ihre Lippen wieder auf meine. Sie küsst mich so hart, dass es mir buchstäblich den Atem verschlägt. Ihre Hand lässt von meinem Hals ab und findet meinen Kieferknochen. Die andere fällt aus meinen Haaren und wandert zielstrebig zum Saum meines Shirts. Ausgerechnet in dem Moment, in dem ihre Hand unter den Stoff schlüpft und jeder meiner absolut sauerstofflosen Atemzüge meiner Bauchmuskeln gegen ihre neugierigen Fingerspitzen presst, schlägt im Atrium eine Tür zu und fröhliche Stimmen erklingen. Rebellen, die sich auf den Weg in ihre Unterkünfte machen. Merlin, bitte lass niemanden einen Abstecher in den Trainingsraum in Betracht ziehen. Granger zieht sich bei dem Klang zurück. Und genau wie in dieser einen Nacht im Lift folgen mein Kopf und mein Körper ihr so weit, wie meine gefesselten Hände es zulassen. Nur widerwillig lasse ich von ihren Lippen ab, als sie von meinem Schoß rutscht. Ich gebe sogar ein frustriertes Grollen von mir. Sie lacht mich aus. Es ist das schönste Geräusch, das ich je gehört habe. Dann wirbelt sie herum und tuscht auf leisen Sohlen durch den Trainingssaal. Wohlgemerkt nicht, ohne ihre Butterbierflasche einzusammeln und einen großen Schluck daraus zu nehmen. Dreist. Ich starre ihr keuchend nach. Grangers Magie gibt meine Hände erst frei, als die Tür mit einem sanften Klicken hinter ihr ins Schloss fällt. Ich ziehe meine Arme nach vorne und reibe mir die Handgelenke. Dann lege ich den Kopf und den Nacken und atme tief durch. Halt dich fern von mir. Nun, im Großen und Ganzen funktioniert das ganz hervorragend. So, und die erste Frage, die jetzt geklärt werden sollte, ist, wurden die Partyerwartungen erfüllt? Und ja, ich liebe dieses Kapitel und freue mich auf alles, was darauf jetzt folgen wird. Damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns am nächsten Montag hoffentlich wieder. Ganz liebe Grüße, eure Kauli.